hey leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal und zwar sind wir gerade noch nicht in dragons aber ich will ganz kurz das sagen sind wir heute wieder super hat zwar nur 19 aufrufe aber war trotzdem fast wie ganz so jemand da danke dafür ich habe jetzt auch wieder zwei abonnenten mehr fünf likes hat der stream ich freue mich danke dafür das video von gestern beziehungsweise ja doch doch stimmt das video kommt ja am nächsten nach hoch das video was ich gestern hochgeladen habe hat jetzt schon 37 aufrufe problem ist nur es hat keiner geschrieben ich jetzt nein eigentlich nicht es hat nur keiner geschrieben wie ich spielen soll das heißt wir werden jetzt einfach standardmäßig der tit mal anfangen ein bisschen und dann vielleicht ein bisschen schießt runter packen und ja und leute was ich euch sehr empfehlen kann das keine was jetzt denken ganz normal nein könnte ja alles extra für kopfhörer angepasst beziehungsweise mit dem headset das ist so richtig also naja ich kann es nicht beschreiben aber ich kann es euch auch nicht irgendwie zeigen weil sich das außerhalb vom headset anders anhört könnt euch einfach mal guckt mal sondern haben jetzt auch schon genug rumgelabert und sie sind direkt im spiel ja nein google play spiele heute nicht das ist ein bisschen laut das ist besser okay soll ich sind mal ich habe hier einfach nur ein bisschen weiter gespielt ihr wisst ja vielleicht glaubt es gratis ich habe schon reise gemacht paket bekommen und so weiter dann ja feuerwurm weil es gibt gerade so erkundungen oder so keine ahnung wo man ja bessere drachen bekommt und russale haben auch ok ich finde das cool dass sie zu übersichtlich ist also ich nehme das mal nicht an ich tue so als hätte ich nicht gekauft okay die ruhen sind mir auch so kacke egal eigentlich ich will es jetzt mal einfach ganz normal durch oh jetzt habe ich den drachen schon ja ok in dem fall behalte ich ihn jetzt ich dachte der wird mir auch ins postfach geschickt und wir müssen wieder lagen mir fällt gerade auf ich könnte ihn auch einfach verkaufen aber nee lassen wir mal so die altbekannte einleitung vom raufen man kennt es ja nicht anders machen wir einfach trotzdem ist ja egal oder soll ich euch das wieder ein speed run also speed ja ja mach ich nee egal wir machen einfach so ja wir wissen wie es geht einmal angreifen das macht natürlich wieder überdimensional viel schaden das ist mein rivale dran oh nein so einmal heilen bitte jetzt greift er mich wieder an macht auf einmal gar keinen schaden mehr jetzt nochmal angreifen und tot ist er so ja passt schon alles gut ich verstehe es bis heute nicht wie ich es damals bis arena 5 oder so schaffen konnte das ist ja echt boah man bekommt ja pro kampf nur 30 trophäen und für arena 5 oder so überhaupt nur 3000 5000 was weiß ich das ist so abgefuckt so oh mein gott das ist gar nicht unfair oder so überhaupt nicht let's go let's go und tot konnte man nicht irgendwo speed an machen ach so da ist das zu teuer nicht stimmt ok dankeschön brauche ich zwar nicht aber ist ja egal so ok passt ach jetzt habe ich das auf einmal auch bekommen bestimmt so einmal upgraden wahrscheinlich ja gut gut sind wir jetzt sind wir fertig oder muss ich jetzt noch was machen danke was jetzt denn nein ich will das jetzt nicht machen obwohl ach das klassisch paket nein ich mach das nicht ich muss es machen ich werde gezwungen naja egal gut letzte welle das ist doch die erste idiot gar nicht unfair ja ach so wollt ihr die animation sehen wie ihr schon fünfmal gesehen habt hättet ihr sagen müssen ich kann nicht da drauf drücken du idiot mach kaputt so so nicht effektiv ja 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 und der gronkli macht dem gronkli natürlich gar keinen schaden das versteht man er macht jetzt diesen feuerball einer heilt sich so ein idiot so müssen wir das jetzt zu ende spielen ich will nicht hab keine lust natürlich warum hätte ich auch das paket bekommen sollen ach das ist eh nur noch ein kampf na gut mach ich den jetzt noch ja los ja alles gut zack er geht auf den gronkli oh ich hätte auf zahnhaken gehen müssen aber ist ja egal der macht eh wieder keinen schaden der macht den feuerball der macht ja bis logischerweise der geht jetzt drauf der macht wieder ne der macht doch der macht den feuerball kacke der ist fast tot ach dieser geiz hat als kann sich nur selbst heilen jetzt ist das halt ein ich hab mir hier genug davon kaufen ist egal sonst macht er wieder den feuerball nein macht er nicht okay ich aber jetzt macht er seine special attack oder gut so viel dazu so einmal drei mal weg nein er ist noch immer nicht tot mein ziel war erstmal mit der decken was wir mit jeden einzelnen drachen auf berg runter zu bringen hat nicht so gut hingehauen war alles zeitverschwendung ich hab mir sogar mal jeden legendären gekauft den es gibt war auch zeitverschwendung naja darf ich mir jetzt eigentlich kostüme kaufen ich mein ich mein ist ja nicht so als würden die krass als cheaten gelten oder ich mein es sind doch nur kostüme ich mein ich darf natürlich eh selbst entscheiden aber es muss halt euch dann auch recht sein oh mein gott was ist hier los ach nein nicht schon wieder so dreh das rad ich hab das rad gedreht und ich hab die frucht zurück bekommen schön ich hab jetzt auch das pack oder muss ich dafür nochmal kämpfen dankeschön so erstmal das pack holen da mhm ach wir haben sogar den zeitenspanner bekommen cool er lädt nicht ach Gott ok geil darf ich das ring gratis bekommen haben also das safe nicht vom spiel absicht gewesen dass man den hier bekommt weil ich glaub das ging gut ja es geht ich mein fisch kann er nicht holen so so jetzt muss das nochmal nicht abholen das heißt ich brauche meine häuser Alter das geht nicht ich kann nichts machen und da gut danke ey das ist das finde ich cool dass das jetzt so da steht sogar jetzt äh wie viel man haben kann im lager ich glaub das stand vorher auch egal aber jetzt ist das ja alles deutlich erklärt ja sogar doppelt naja egal besser doppelt als gar nicht und hier übrigens was ich meinte mit diese erkundungen hier der eine fehlt mir noch ich hab den noch losgeschickt und ich hab ihn ok ähm sollen wir den feuerwurm beschleunigen ich glaub ich hab genug äh runen dafür ey das fuckt mich so ab dass jetzt unten hier das erkunden ist da kommt man immer direkt hier rein ich hasse es jetzt schon weil die ganze zeit wenn ich dann so leveln will und dann ist das fertig gehts hier raus und ich drück direkt hier drauf ja so viel hammer so viele runen hammer so hermit ja ums aufräumen werde ich mich privat kümmern ich bin froh dass ich jetzt wenigstens noch was für den videokitel hab weil ich dachte schon in der folge können wir gar nix mehr machen ja wir haben jetzt den sailspanner den feuerwurm und den stürmsucher ach den komm den leveln wir auch direkt noch warum nicht so die brücke können wir jetzt auch bauen ich meine ich hab sie schon gebaut ok nice wir haben den recht um den langweiligen kram werde ich mich in zukunft wirklich privat kümmern weil das wird ja keiner sehen oh ich hab keinen platz mehr der einfach 5 fische kauft schade so immer gute platz blitte platzieren cool er kann fische fangen das ist ja geil keine andere nicht ok jetzt haben wir ihn hier gruff wer ist gruff denn nochmal schnell ach so wir haben ja grad durch dieses äh starter paket bekommen stimmt direkt wieder vergessen ähm sonst irgendwas das mampfhause alter feuerwachsbrecher ich nenne ihn immer noch höhlenbrecher von der serie warum ist es hier gratis hier ist ein bernstein paket hä ich kann den nicht kaufen ich will das bernstein paket kaufen jetzt muss ich erst das einsammeln nehm ich gerne ich hab übrigens keine ahnung warum ich das paket hab und warum es gratis war ich glaub das liegt an der heckversion ich hatte ja auch von haus aus 9000 rune stimmt das paket hat hier auch von anfang an safe stimmt kann ich auch noch andere kaufen ja kann ich ich will unbedingt das bernstein paket kaufen das wird später so wichtig ach hier ist ja gar kein bernstein drin nö willst du mich verarschen hä hier ist ja gar kein bernstein ach ich sollte beste bernstein sammler ach so das ist eisernich idiot dann würde ich sagen was schon mit dem video war jetzt nicht so lange aber es tut mir leid aber mein speicherplatz hält sonst nicht aus wir sehen uns im nächsten video bis dahin euer nikki wesak tschau